Jo, dann wären wir wieder zurück zu Kingdom Hearts, Chain of Memories und, ne? Glaubst du, es kommen noch mehr erfunden dort, wo Axel und der andere herkamen? Betritt sein neues Stockwerk werden alle generierten Raume gelöscht. Kehrst zurück wieder um so neue Räume und mit der neuen Karten-Genergie. Aha. Wenn er uns Axel wieder begegnet, überlass ihn mir. Wenn er Kind, dann kann ich eh nichts machen, also, weiter. Hm. Stimmt was nicht, Jiminy? Mir geht nicht mehr aus dem Kopf, was Axel gejagt hat. Das könnte ja mit, dann bist du wohl möglich, nicht mehr selbst gemeint haben. Ach was. Man kann doch immer nur man selbst sein, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber trotzdem müssen wir auf der Hut sein. Stimmt, vorhierst könnte ich passiere an dem Schloss. Äh, wie heißt das gleich wieder? Schloss des Entfallens. Das Schloss des Alzheimer's wohl eher. Äh, genau. Das war mir entfallen. Oh, haha. Wortwitz. Mir ist das Schloss des Entfallens entfallen. Haha. Wir schaffen das schon. Egal, was die da aushacken. Gemeinsam sind wir stark. Hey, erinnerst du dich noch an das andere Schloss, das wir erkundet haben? Das mit den vielen Fallen? Nö. Wann war das? Fall? Soll ich das erinnern? Ich kann nicht, wie hieß das? Hm, wie hieß das gleich wieder? Holla, Holla. Holla, die ho. Keine Ahnung. Ich hab mich vergessen. Ach du, meine Güte. Hast du das denn auch nicht ausgedacht? Ich glaube nicht. So. Äh, das ist ein Welten-Tor. Aha. Aha. Kann ich mir zwischen den Städten und der Teleportieren und? Oh, ein Speicherpunkt. Äh, ja. Okay, dann. Äh, hoch. Okay, und zwischen was kann ich jetzt auswählen? Agaba. Arena des Olymps. Wunderland. Monstro. Halloween Town. Ich nehm Agaba. So, Zora, da steckt jemand in Schwierigkeiten. Aladdin. Wir müssen etwas tun. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Danke, ich dachte, ich wäre erledigt. Kämpfe ich jetzt? Jawohl. Was ist das? Wow, wie viel denn noch? Und leckt das heute irgendwie? Hallo? Zora, machst du mal was? Angreifen. Und irgendwie leckt das doch ein bisschen. Los, Goofy, mach. Ja, so ein bisschen. Scheint es doch zu lecken. Hm. Äh, komm. Zack. Mann. Nichts. Los, Simba, brüll sie weg. Brav. Gut gemacht, Simba. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Was? Achso. Ja, aufladen bitte. Mann. So viele Gegner. So. Das war echt mal nervig. Und du? Noch mehr. Es werden immer mehr. Dann sollten wir jetzt wohl besser prüfen, ob die Legende wahr ist. Wunderlampe, mein erster Wunsch. Schafft mir diese Herzlosen vom Hals. Hatte jemand Wunsch gesagt? Aus der Mäckchen da. Der Lampengest kommt. Es gibt nichts, was ich nicht gebacken bekäme. Wenn wir bloß einen Ofen hätten. Genug in der Focken und Späße. Aber der Herzlose von der Bildfläche verschwinden. Kommt sofort. Hui. Hurry. Du hättest ihn gleich rufen sollen. So einfach ist das nicht, wisst ihr. Hätte ich nicht selbst besser sagen können. Aber ich sag's trotzdem. Jeder Meister hat drei Wünsche frei. Und sich neue Wünsche zu wünschen gilt nicht. Dann hast du also noch zwei Wünsche übrig. Beleg dir gut, wofür du sie benutzt. Ich muss irgendwie zum Palast zurückkommen. Bei all diesen Herzlosen. Hey Surah, warum gehen wir nicht auch dorthin? Wir müssen doch auch dorthin. Warum gehen wir nicht mit Aladin mit? Die Idee finde ich gut. Das wäre super. Ich danke euch. Stößler am Beginnst gehalten. Na. So hat eine Tügel geklingelt, aber es hat nichts mit mir zu tun. So. Höh. Ah. Monster. Zack, zack und zack. Weg mit euch. Au. Was ist das denn? Äh nein, falscher Knopf. Aladdin. Aua. Aua. Mann. Los. Donald. Wow. Danke fürs Heiland. Und zack und. Hallo. Und. Wieder Karten aufladen. Huah. 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 Aua. Was soll das? Parade. Aua. Mann. Mann. Lass mich in Ruhe. Penner. Au. Mann. Ich hasse dich. Au. Mann. Los. Donald. Mach sie fertig. Autsch. Mann. Hallo. Hallo. Lass mich mal in Ruhe. Los. Simba. Brüll ihn weg. Au. Das war fies. Mann. Warum kommt er genau dann mit einer 6er Karte, wenn ich gerade eine einsetzen. Mit einer 5er einsetzen will. Dumme Parade. Stimmt. Ich kann nur, glaube ich, von hinten nur angreifen. Aua. Los. Komm her. Ja. 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 Und. Nein. Mann. Fettsack. Und zack. Jetzt. Ich mag dich nicht. Verdammter Fettsack. Was haben wir hier? Fieser Fettsack. Mann. Oh, noch mehr, dummer Gegner. Mann. Mann, meine ganzen Karten sind irgendwie zu schwach. Verdammt. Aladdin. Mach sie fertig. Ja, geil. Finde ich doch geil, wie gut du treffen kannst, du Kollege. Idiot. So. Grrrr. So. So. So, Karten wieder herstellen. Hallo. Treffen. Sora. Würde ich mal sehr nett von dir finden. Ah, neue Stufe. Yeah. Ähm. Zack, zack, zack. Und Bäm. Aua. Und Aladdin. Los. Hau das Vieh weg. Jawohl. Immerhin kann zu treffen. Hallo, Karte? So, willst du mich verarschen, du dumme Karte? So, Simba, mach ihn weg. So, das hat gedauert, verdammt. Ich merke schon, die Kämpfe werden immer besser, äh, immer schlimmer. Äh, steigen wir mal die Kartenpunkte. Kann ich ein paar neue Karten reintun. Äh. Aha. Muss ich hier hin? Jo, hier muss ich hin. Nein, nicht select. Start. Gib doch Start. Okay, ich kann ein bisschen was reintun. Ähm. Ich könnte Feuer reintun. Jo. Das kann ich nicht reintun. Nö. Nö. Die könnte ich noch reintun. Äh, was hab ich jetzt getan? Hm. Hm. Kann man es halt irgendwie orten oder so? Ich bin es halt. Ich kann es, was ich nicht so hat.